Wieso war hier schon jemand drin? Warum liegt hier was? Da muss ja schon jemand drin gewesen sein. Naja, nun gut. Fedorov. Achso, gegen MP8. Hä? Na, dann kommt mal her. So. Wird das eigentlich auch? Oh. Faktisch. Na. Fürs erste dürfte es vorbei sein. Fand ich das nicht so prickelnd. Diese komischen Fallendinger hier. Kann man auch bequem drum herum gehen. Ah, deswegen lagen hier Waffen. Warum hat denn der seine Waffe, ähm, da vorne liegen lassen dann? Komisch, komisch, komisch. Und jetzt gehen wir, nein, lass mich raten, tiefer und tiefer hinein. Äh, was? Schädel. Drei Symbole. Okay, alles klar. Karte haben wir noch nicht. Nein. Ah. Oh. Karte haben wir. Ja. Wo ist denn der Eingang? Was könnte das denn sein? Ey, Mann, jetzt. Ähm, wo sind wir denn jetzt reingekommen? Wie immer gilt wahrscheinlich den ersten Schatz mal zu finden. Ich hätte mich vielleicht erstmal umgucken müssen hier. Obwohl ich hier wild irgendwie rumdrücke. Aber. Es scheint sich nichts zu tun. Oh. Ah, ein Schatz. Sehr gut. Damit haben wir den ersten. Wow. Damit haben wir den ersten Anhaltspunkt. Anhaltspunkt. Ich lalle voll. Da kommt doch einer nach außen, ne? Yo, natürlich. Natürlich. Patsch. So. Sonst noch jemand. Ohne Fahrschein hier. Bring. Schätze können. Ich verstehe dich überhaupt nicht. Ähm. Da war da noch eine, ne? Da sind sogar noch ein paar da hinten. Patsch. 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 Äh. Die schlucken aber einiges. Ach du Scheiße. Ach du Kacke. Oh. Äh. Ja Moment, Mann. Ich hab hier ein paar Probleme. Oh. Hab ich. Wieso hab ich denn. Ich kann. Kann meine Waffe nicht mehr wechseln. Wieso. Ist die leer? Warte. Ach, die ist leer. Ja. Dann. Äh. Warte. Da hinten lag doch eine, ne? Hier. Hier. Dann nehm ich lieber die. Und hier lag auch noch irgendwo eine. Bloß nicht da drauf latschen. Ähm. Lag hier nicht noch eine irgendwo? Oder war die da oben? Äh. Ach ne, das war die. Na gut. Okay. Überzeugt. So. Welcher Schatz war's? Ach, da starten wir. Ne. Hä? Hä? Was ist das denn für ein komischer Ort da für den Schatz? War da eigentlich noch ein Schalter irgendwo? Äh. Nein. Ganz seltsamer Ort. So mitten drinnen. Soll ich denn darunter verstehen? Naja. Verschlossen. Ja. Dynamit? Da brauchen wir noch so eine, ähm, ah. Äh. Verschlossen. Ja. Okay. Wir gucken einmal rein. Was haben wir denn da? Wir müssen auf jeden Fall die Knöpfe drücken. Hier muss nur irgendwo ein Knopf sein. Und die beiden... Die stimmen schon. Oder? Nee. Doch. Da ist der unten links und der oben. Das heißt, wir brauchen noch den... Der da ist das doch. Kann ich den nicht... Was wär's? Die Knöpfe drücken? Oder wie? Oder wat hier? Ah. Äh. Ich hätte gedacht, wir müssen da noch irgendwie mehr machen. Hier, die meinte ich. Ach, Munition voll. Ach was. Echt? Na dann. Tja. Viele Mumien auf jeden Fall. Ganz viele Mumien. Und dass die so weit hier schon reingekommen sind. Wundert mich ehrlich gesagt. Irgendwas Großes, wie ich vermute. Oh. Fast übersehen. Wo kam der denn jetzt her? So, welcher war das? Das war der. Wir scheinen uns wirklich auf diesem Weg zu befinden. Aber irgendwie passt der doch gar nicht zur Karte. Ich weiß es nicht. Schon ganz komisch. Wilde Sterero-Effekte hier. Oh, fuck. Oh. Wow. Scheiße. Ich sehe nichts. Das wackelt ja voll. Ja, gut. Ja, ja. Zack. So. Sterero-Effekte. Okay. Nochmal versuchen wir. Mann. Wie schnell soll ich denn dann da rumrutschen? Weißt du... Was zur Hölle ist das? Oh, ne. So, ich versuche es mal links. Links rum. Welches links rum besser? Obwohl, das sieht man eigentlich so... Ja, früher ist auch kacke. Also genau treffen. Ja, super. Was zur Hölle ist das? Äh, Alter. Oh, bitte. Ich habe keinen Lust, diese Stände tausendmal zu machen. Echt nicht. Echt nicht. Nee, nee, nee. Wow. Okay. Bei dir? Wo bist du? Was ist denn das hier? Nix. Wo... Wo... Wo bist du? Hä? Äh. Öh. Ich habe hier sie aus. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Sie sind hartnäckig. Das muss man ihnen lassen. Alles klar. Wir sind on track. Hier on track. Wo geht's denn jetzt weiter? Bzw. wo geht's nicht weiter? Aber hier ist ja kein Schatz. Wir können trotzdem mal rumgucken. Ob hier vielleicht irgendwo jemand langgekommen ist, der dann seine Waffe verloren hat, passiert das scheinlich häufiger hier in Xibalba, Xibalba. Oh. Schieß auf die rotierenden Platten. Ah. Die bleiben offen. Bleiben die offen? Na, ich will's hoffen. Oh, damit hätten wir die gut in Schach halten können, die ganzen Mummenschanz-Mumien hier. Äh. Sonst noch was? Da. Ja. Die gehen aber auch wieder zu, oder? Nee, die bleiben... Die scheinen offen zu bleiben. Ah. Na ja. Unser Weg war doch wesentlich cooler. Das müsst ihr doch zugeben. Wesentlich mehr Action. Sonst noch irgendwo Platten. Ah, ist das eigentlich auch unnütz. Wir haben nicht mehr viel Money. Vielleicht ein bisschen sparen. Äh. Hier. Oh. Na gut. Ist besser als die Leere. Wenn's diese komische Schrotflinte ist. Na ja. Machste nix. Machste nix. Ich nehm trotzdem noch die... Die Schrot für den Notfall. Und dem Tor nach würde ich vermuten, hier müssen wir lang. Wo bist du? Hallo? Ah. Ich dachte schon, die wäre wieder fort irgendwo. Ha. Mhm. Na dann. Eigentlich. Uah. Na. So. Bisschen Money gespart. Jetzt kommst du runter. Hast du eigentlich von da oben geschossen? Hast du noch ne Knarre? Hättest du noch machen können. FN Auto 5 voll. Sehr gut. Und hier ist ne... Ach du Scheiße. Äh. Das ist doch bestimmt... Da hinten müsste ein Schatz sein. Hier ist noch nix. Höh. Äh. Ich sag dazu mal nix, ne? Mädel, 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 Mädel. Komm ich hier nicht durch? Äh. Ne. Okay. Was jetzt? Das macht nix. Hier komm ich nicht hoch. Zurück. Bringt ja auch nix. Dann muss ich doch hier irgendwas übersehen haben. Komm. Das geht doch gar nicht anders. Ach so. Ach, Mädel. Wenn das weiß, hättest du da selber drauf schießen können. So. Jetzt müssen wir die ganze Zeit hier nach Schätzen Ausschau halten. Nach Mumien Ausschau halten. Beziehungsweise darauf achten. So etwas habe ich noch nie zuvor gesehen. Wann ist die nervös? Okay. Notizbuch. Ähm. Was sind das? Hebel. Hebel. Hoch, runter. Hebel. Zum Rollen E drücken. Hier müssen wir Symbole einstellen. Aber was steht hier nicht, ne? Sieht nicht so aus. Hier geht's runter. Ah. Was? Wo? Welche? Was? Mensch, ich hab hier Business. Ich hab hier Business zu tun. Was können wir uns leisten? Wir können uns... Nix. Doch. Hier. Ähm. Gesundheitserholungsgeschwindigkeit. Sehr geil. Und dann können wir Basisausdauer auch noch direkt mitnehmen. Jawohl, ja. Fünf brauchen wir hier. Einen noch da. Das kriegen wir hin. Okay. Die Decke wie in der Arktis. Was meinst du denn damit? Ich sieh's mir an. Äh, seh's mir an. Ich sehe keine Decke. Ehrlich gesagt. Du. Okay, ähm. Äh. Naja, ich nehm an, wir müssen runter. Sieh nur, die Decke. Genau wie in der Höhle in der Arktis. Das meinst du, das Ding da, oder, oder was? Liegt da einer? Da liegt ja auch einer. Äh. Gut. Irgendwas mit dem Hebel war im Notizbuch. Hebel ziehen, dann raufen runter. Wo ist denn hier ein Hebel? Vor allem, wenn wir jetzt verrecken, dann... Äh. Muss ich da von oben drauf? Ist das wahrscheinlich nur der Ausweg hier. Mäha. Dann, ähm. Ähm. Ist das richtig? Warum mache ich das? Was hat es für einen Sinn? Wie komme ich da rüber? Ah. Ja. Super, super, super. Äh. Äh. Hier bestimmt und dann... Ah ja, das geht. Gut. Mann. Was? Wieso springt der immer gegen die Ecke da? So. Hier ist... Nix. Ach, hier kommt man dann... Ne. Dann, da könnte man sich eigentlich hochziehen. Äh. Na ja. Was ist das Hebel? Das ist kein Hebel. Ach so. Oh. Warte, warte, warte. Genau wie in der Arktis. Alter. So, dann sind doch hier bestimmt auch wieder irgendwo irgendwelche Zeichen, oder? Was ist das da hinten? Was ist das da hinten? Nix. Ähm. Hier sind doch bestimmt irgendwelche Zeichen, wie wir diese Teile hier einstellen müssen. Na? Hier. Warte, warte. Die Symbole da hinten, die haben irgendwie... Ähm. Diese Kreise da hinten. Die haben irgendwelche Symbole drüber. Kann das sein? Was ist denn das? Irgendwas mit zwei Strichen da oben? Aber das kann doch nicht sein. Näh. Näh, 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 näh. Von hier aus komme ich da gar nicht hoch, oder? Äh. Oh, oh, oh. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.